Willkommen zu Crank, die ganze Wahrheit war es nicht, denn heute ist die Show dran. Und darf ich auch mal? Ah, ich hab ne Klappe gemacht! Herzlich willkommen zu Crank, die ganze Wahrheit und heute haben wir für euch einen ganz besonderen Leckerbissen, denn hauptsache der Hund schläft. Und das Ganze wird natürlich getoppt. Wunderbar. Ein bisschen Birnensaft zur Hand. Und das neue Abenteuer, wo die unschlagbaren Pfefferkörner noch auf dem Weg zu einem Umfeld gesetzt werden. Das war mit Ansage. In den neuen Abenteuern ist das unschlagbare Pfefferkörner-Team. Team? Die sind beschäftigt. Macht nichts. Ja, genau. Ein Umweltskandal nebst einem... Und das neue Abenteuer, wo die unschlagbaren Pfefferkörner jetzt irgendwo hingehen, wo ich gleich in die scheiß Umweltsverlage-Sachen da irgendwie involviert bin. Und auch gleich schnell ist hoch, dass es nicht mehr da ist. Ja, denn Wild Bunch hatte uns ja schon zum ersten Teil die ersten Minuten angefangen und morgens essen wir Zähne rückwärts. Ja, hier soll das so locker sein. So, wir schütteln uns nochmal. Okay? Ja, bitte. Schmeckt scheiße. Das ist der McDanny. Nicht hängen lassen. Nicht hängen lassen. Wir machen den McDanny. James Bond hat sich nämlich daran echt beteiligt und gesagt, okay, ich schreibe den Titelsong und ich hätte gerne einen Pfefferkörner-Song mit Salz im Brot. Da nehmen wir uns ein bisschen Banan... Puff. 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 Puff.